So, Bad Request, wo bist du? Was ist hier? Gefangene unterwegs? Ist ja toll. Rückwandlung 27%. Hallo! Zurückbleiben. Unbeaufsichtigter Patient im Sperrgebiet. Super. Das war so klar, jetzt gerade wo ich mir eine Zigarette angezündet habe. Ja, mach schon, bring's hinter dich. Hallo Jungs! So, wir machen hier Sensen Doss, Roste in Frieden, Sensen Doss und hier, was ist denn hier mit der Logikbombe? Der hier! So, schüssen! Achso, der tut uns ja weh, wenn wir gegenhauen. Ja und du? Ist ja super. Ja, spitze! Soll ich jetzt im Kreis rennen, bis ich wieder hier meine Super Saiyajin-Kraft hab? Da kann ich nicht gegenballern, okay. Ja, ich muss. Das sind zwei Minuten. Soll ich jetzt hier zwei Minuten rumlaufen? Das ist doch Bullshit. Achso, warte mal, ich kann ja gegen ihn. Jaaaa! Bäm, 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 bäm. Aua! Das, das tut mir auch weh. Habt ihr einen Schatten? Ich bin gleich tot. Okay, das sollte ich wirklich lassen. Okay, laufen wir im Kreis, was soll es? Wiridos! Spitz! Schublid Kubernetes! Schublidu! Schublidu! So, wie lange haben wir noch? Ach, noch 64 Sekunden, eine Spitze! ich habe keinen bock jetzt zu verrecken wie soll ich ihnen denn bei kommen ich weiß es nicht mehr habe ich bestimmt mal gelernt aber hallo dafür kommen die jungs viel zu selten nein nicht idiot aber guck mal wenigstens haben wir jetzt wir brauchen die wir brauchen die logikbombe also das heißt logikbombe wir brauchen dieses ding da unten und ich glaube das ist das einzige wo wir keinen schaden kriegen wenn ich jetzt wird der super sehr schicken kraft angreifen wird es genauso tötet ein schlag ein schlag braucht er doch und da bin ich tot jetzt kein fehler machen keinen fehler machen 14 sekunden noch es tut mir leid aber ich sehe gerade keine andere möglichkeit ihr seht es an den bildstörungen wir sind kurz vorm exitus 321 und logikbombe wird 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 der fach darf ich nicht aber jetzt und weg da weg da weg da weg da nele und das ist doch du verast mich doch gerade ja ja was jetzt super sensen tarnung lässt nelin unsichtbar werden und erlaubt es ihr sofort einen gegner zu überlasten werden sie jetzt wählen sie ihr zielweise ja ich weiß da hinten der dicke halt öffne sie das s impressions rad und lösen sie mensch ärgerlich nicht figur sensen tarnung aus alles klar machen wir mensch ärgerlich nicht figur sensen tarnung so nähern sich enforcer von hinten überlassen sie machen wir so von hinten sagt sie so jungs der rest ist wo wir sehen trotzdem nicht gut aus achtung sofortiges überladen funktioniert am rücken eines ziels die unsichtbarkeit dauert drei sekunden endet wenn ihr den schaden aushalt und dann ist ja ist super und hier ja hätte ja klappen können jedes mal wenn sie eine neue pmp schwelle erreichen haben sie die möglichkeit neue impressions ne wisst ihr bescheid hallöchen da seid ihr ja wieder ja 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 einmal gelesen einmal gelesen einmal rum ums volk und hier mal dezent wege drückt ja aber auch schon gelesen darf ich jetzt drücken so und ihr kriegt jetzt mit der groben kelle dann passt das auch wieder auch noch so einer what the fuck herrlich circle running maniac ja 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 was mit dir willst du raus hoppla hoch kommt jetzt kein blödsinn machen ich meine selbst wenn die zeit jetzt abläuft wir haben gar nicht genug was weiß ich mana um die nächste aktion zu machen wir hauen den mal kurz so wir haben immer noch nicht genug mana und wir sind schon wieder halb tot obwohl die uns noch nicht einmal erwischt hat der typ boah sind das ätzende viecher komm schon jetzt aber und weg da und wehe du stehst wieder auf er steht wieder auf ach super quaid versucht also die herkunft der libra herauszufinden so fing er an dann merkte er dass er sie mit senzen kontrollieren konnte daher das rückverwandlungsprojekt nun lädt dieser irre seine eigene psyche in ihre köpfe oh man eine quaid liebe armee ok gut wir halten ihn auf um jeden preis finde die zelle von bad request sein gedächtnis führt dich direkt zu quaid ja ich würde sagen da das ding da hinten so hübsch blinkt hallo ach so na dann so zellen docken an warte auf gefangenen rückverwandlung irgendwas zellen docken an hier kommen wir nicht weiter tür ach so ist das hier schon bbb geht wieder nicht super ok da machen wir die notleiter mal zu nein die notleiter hallo die notleiter nillen mach es mal zu hier machen wir hübsch auf und laufen hier mal für die letzten fünf minuten noch so ein bisschen ums Eck und freuen uns dass wir jetzt hier stehen was uns wieder überhaupt nichts bringt was schreit er ich habe ihn nicht verstanden kann man hier durch ballern nö mep 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 ja ja schon klar ähm traumaraum ok also wo waren wir eben da waren wir ne man macht die tür mal wieder zu gute frau ab zum traumaraum und hoffen wir mal dass wir die tür auf was ist denn das für eine tür logik absoluter blödsinn schönen guten tag irgendjemand zu hause oh ein fahrstuhl strom an aus wahrscheinlich müssen wir dafür wieder die tür zu machen hier bedienen wir uns kurz das wird auch zeit dankeschön ich sag da nix zu hm und du? ach so hallo? super vielen dank zellen docken an äh hallo? hier war ich doch schon Okay, das Ding haben wir zugemacht Achso, wir kommen jetzt hier auf die andere Seite Natürlich geht die Tür nicht auf Weil wahrscheinlich der Fahrstuhl noch hier oben ist Schüssen Okay, ich komme, Bad Ich hole dich Also ganz ehrlich, also das entbehrt gerade jeglicher Logik Ja, ich komme Kleiner Bruder, wenn ich das richtig verstanden habe Ja, ja Du mich auch, Edge Das Zellenverteilsystem Könntest du mir bitte sagen, wo das ist, das Zellenverteilsystem Warte mal, kann man da runter? Ja Zellenabfertigungssystem, das hört sich doch schon mal gut an Zellensystemkontrolle versagt Falsche Zuweisungen Super, wie komme ich da jetzt wieder hoch? Okay, erstmal da hoch Dann da hoch Ja, das scheint zu funktionieren, ist doch super Hopp Und hopp So, zurück, mein Freund Hi Ja, wisst ihr was? Ich finde, das ist ein dufte Zeitpunkt, um hier mal ganz kurz auf Pause zu drücken Und mich für die heutige Aufnahme zu verabschieden Ja, hat Spaß gemacht Das waren leider nur drei Folgen Aber für meinen momentanen körperlichen Zustand war das schon eine ganz große Leistung Deswegen würde ich sagen, schüssen Und wir sehen uns beim nächsten Mal Juhu! Alles klar! Ich finde, die Trip Juhu! Vielen Dank.